Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich werde heute wieder an die Raptor Challenge gehen, ja, an die Raptor, ich würde sagen auf die Raptor Challenge gehen. Und zwar habe ich mir wieder die RK5 eingepackt mit Magazinerweiterung, Schalldämpfer, Einerstun und ich habe ein bisschen was geändert. Ich habe Nachbrenner dabei, Plünderer, aber keine flinke Hände, damit ich Strahldämpfer und Totenstille spielen kann. Weil Totenstille ist einfach so wichtig, dass ich selber den Sound von meinen Schritten nicht höre, um die anderen halt hören zu können. Weil die meisten halt nicht unbedingt mit Totenstille spielen. Und so werde ich das heute mal versuchen. Und, bevor das Video jetzt losgeht, wollte ich euch mal fragen, was wollt ihr als nächstes sehen an Videos? Wollt ihr die Non-Lethal Challenge sehen? Wollt ihr wieder ein Video mit euren Klassen sehen? Wollt ihr einfach ein Video sehen, wo ich auf eine Live-Nuklear gehe? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Liked dann einfach die Kommentare hoch, was ihr am meisten sehen wollt. Und ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal in die erste Runde FFA und bis gleich. Okay, hier steht es schon 0 zu 12, aber egal. Man kann es ja immer versuchen. Alles klar, da hauen wir schon mal rein. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja erst schlimm, wenn wir einen Kill machen. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie die Raptor Challenge funktioniert. Ganz einfach. Gescheidämpfte Pistole. Frei für alle. Und ab dafür. Und eine Nuklear machen. Hört sich easy an. Ist es überhaupt nicht. Okay. Jetzt haben wir zum Beispiel schon mal drei. Jetzt ist schon dieser Modus so, wo man so... Na, eigentlich muss man ab dem ersten Kill ja schon richtig sweaten. Nein, 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 nein. Oh. Alles klar. Ab in die nächste Runde. So, Leute. Metro ist angesagt. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall schön konzentrieren. Okay. Oh Gott. Hier ist irgendwo wer. Nein. 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 Das... Nein. Oh no. Okay, Leute. Let's go. Fringe ist angesagt. Nächste Runde. Oh mein Gott. Mal sehen, wie lange wir hier brauchen, um auf irgendeine... Oh Gott, wie er da schon sitzt, Alter. Oh, hinter ihm ist auch noch einer. Ja, ich... Nee, ich darf da keinen töten. Ich darf da keinen töten. Das Problem ist aber... Ich muss auf jeden Fall wieder in die Richtung da kommen. Fringe hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge mal. Und deswegen... Irgendwo hier in diesem Bereich ist auch Fringe auf jeden Fall am besten... Oh Gott. Das ist halt das Problem. Den ersten Kill... Muss man halt... Machen, wenn man halt safe ist. Oh, die schießen sich hier ab, Alter. Okay. Das ist jetzt schon mal mies. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hier bleiben. Zwei Kills noch und dann habe ich Active Camo. Oh Gott. Ich höre die da nur rumschießen, aber es bringt mir nicht viel. Die haben halt alle Schalldämpfer da. Nein, ich konnte mir noch nicht mal den Kill snacken. Fuck. Also, Leute, ihr merkt schon, man muss halt... Hammer defensiv spielen. Oh, 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 oh. Oh. Okay. Nein. Okay, pusht er mich irgendwo? Da kommt... Nein. Er hat eine Pumpe. Oh mein Gott. Frei für alle. So, Leute. IVEC ist angesagt. Keine Ahnung, wo man hier hingeht auf IVEC. Keine Ahnung. Ich drehe jetzt schon durch nach der dritten oder vierten Runde. Das kann echt so witzig werden. Ich habe so Bock auf die Serie, Freunde. Okay, Retalk. Keine Ahnung, wo man hier... Digga. Wo war der? Oh. Oh, 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 oh. Nein. Irgendwann hat ein Tomahawk dahin ge... Oh Gott, 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 oh Gott. Nein. Ich schwöre, wo ist der? Nein. Oh. Gott. Schnell weg hier. Oh, da war aber noch einer. Einer. Okay, der zeigt sich nicht. Oh mein Gott, was war das da gerade schon für eine Szene, ey. Nein, der steht da oben. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh, oh, oh. Oh, ich bin hier ja auch schon Ding. Ich bin hier ja schon. Oh Gott. Oh yes. Oh mein Gott. Oh Dumm. Oh Gott. Tief taten, das habe ich glaube ich noch nie gesagt. Das heißt Active Camo, Mann. Er ist da oben. Aber wo geht der hin? Oh Gott. Oh, nice. Wichtiger Kill, wichtiger Kill. Irgendwo wird der jetzt hier spawnen, denke ich mal. Es haben so viele Geist von denen drin. Das ist unfassbar. Ich mache mal Active Camo an. Ja, das war eine gute Idee. Die Drohne ist weg. Oh Gott, da ist jemand gestunnt. Nein. Das war safe, nicht der, den ich gestunnt habe. Okay, jetzt müssen wir wieder hier rumrennen. Alter. Hinter mir. Irgendwo hier. Okay, die sind da im Laundry drin. Er kommt da nicht raus. Das heißt, er ist nach hinten gelaufen. Nein, 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 nein. Nein. So, Leute. Gegen den Level Tausender. Bootyinator. Ja, das kann schon mal schlimm werden. Vorhin, ich habe denselben Spawn wie vorhin. Das heißt, ich habe direkt eine volle Lobby. Er schießt einfach in der Luft rum. Und es ist deswegen, glaube ich, nicht so leicht, direkt eine kleinere Streak aufzubauen. Ich kenne die Spawnzeit auch überhaupt nicht. Wenn man das wenigstens in- und auswendig kennen könnte. Oh shit. Oh, oh, oh. Er pusht. Okay, da kommt noch jemand. Oh, holy. Nein, nein, die KN-Mate und 40. Man ist so schnell tot. So, Fringe ist angesagt. Nächste Runde. Oh mein Gott, Leute. Das, äh, irgendwie ein Déjà-vu schon fast. Hier war auf jeden Fall, wer kann ich mir den nicht einfach snacken? Oh nein, der rennt zu weit weg. Das bringt mir dann auch nichts mehr. Oder kommt er wieder? Nö, 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 nö. Okay, da ist jemand. Komm her, Baby. Na, er wird gesnipet. Vom besten Sniper der Welt wahrscheinlich, der mich absolut eins fordern, quickscopen wird. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Ich würde so schreien. Okay, er hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Nee, zum Glück. Ich war etwas weak. Oh, oh. Nein, 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 nein. Er ist da gespawnt. Die perfekte Priest dann. Ich werde so choken. Ich werde so choken. No, 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 no. Okay, Leute. Ich glaube, ich gönne es mir mal. Exodus. Frei für alle. RK5. Schalldämpfer. Magazinerweiterung. Let's go. Ja, Digga. Ja. Oh, Mann. Ich höre hier so viele Schritte gerade. Ja, da kommt noch wer. Aber der hat eine Shotgun. Uhu. Da ist noch wer oben. Ja, moin. Ja, ja, ja. Ich wusste, dass da jemand kommt. Let's go, let's go, let's go. Komm, den holen wir uns. Ah, ich hoffe, das war nicht seine Drohne. Das wäre jetzt so unlucky gewesen. Aber ich kann mir den auch nicht holen halt. Das ist so lächerlich. Hier habe ich einen Schatten gesehen. Aber wiederum auch gar keine Ahnung, wo der hin ist. Und Konterdrohne. Nice. Das kann ja jetzt richtig geil werden. Ah, komm. Nein. Bitte, bitte, bitte. Hau mich nicht. Nein. Warum? Okay, Leute. Jetzt wirklich der allerletzte Versuch. Es ist jetzt nochmal Combine. Huh. Ihr wisst gar nicht, wie lange dieses ganze Lobby suchen hier dauert. Wahrscheinlich habe ich am Ende sechs Minuten Material, weil ich die ganze Zeit sterbe. Ähm. Und, ähm. Nehme aber über eine halbe Stunde auf oder so. Toll. Wie soll ich hier jetzt wieder rauskommen? Scheiß drauf. Oh, er hat den Knife. Ja, Digga. Jetzt muss ich aber hier hingehen, weil sonst werde ich von hinten gekillt. Oh, das ist so widerlich. Da war wer. Nein. Schnell weg. Der Knife-Bastard. Oh. Toll, da hinten ist wer mit Shiva, ne? Nein. Und der pusht nicht. Oh, der kommt auch nicht. Nice. Perfekte Situation gerade. Für meine RK5. Ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben. Mann, die kriegen hier die ganze Zeit Drohnen. Der bleibt da hinten stehen. Der blockiert die ganze Zeit den guten Spawn. Kann man den jetzt pushen? Oh Gott. Das war's. Das war's. Und mindestens eine 10er-Streak schaffen, Leute. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Also, ne? Das wird jetzt immer... Stirb! Das wird jetzt immer so weitergehen, Leute. Auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns mit diesem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.